Unter dem Express Red Bull Card im Factory Racing Team über den Interventen Ball Rides schon mal ein bisschen eingrooven, gestern noch etwas Pech gab es beim ersten Rollover und wir hoffen wir es ist ihm heute besser gegangen, letztes Jahr drin platziert er und wenn er den Helm abnimmt, dann muss es hier wieder